Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Vielen Dank. 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 und mit den Naturwissbahnen waren wir dann fort. Arrangementen war da auf feil sted. Jetzt ist es sehr flott, dass wir jetzt auf der richtigen Stelle sind. Kunstwissbahnen war fertig im Jahr 2012, und die Investoren waren auf rund 30 Millionen, und die Kommune waren auf 5 Millionen, und wir waren sehr flin, um alle die övrige Millionen, so es hat eine sehr günstige Investoren für uns. Es ist ein unikt Energieanlegg, und es ist verbunden mit dem ganzen Zentrum, und auch die Kommune, und alle Bygden sind. Es ist ein unikt Energieanlegg, und es ist verbunden. Es ist ein Rekord, und es ist es ein Schuss für uns. Es ist ein Schuss. Es ist ein Schuss, dass der Kommune nicht kommen muss. Es ist ein Schuss der vorhåttes hast, und es ist ein Schuss, aber es hoffe, Vielen Dank. 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 Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... 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 ... ... ... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... ...... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Vielen Dank. 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 Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Geh mir, auf die Hüte, auf die Hüte, auf die Hüte! Auf die Hüte, hier! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Auf 3. Platz von Asger Schüteklubb haben wir Runar Njotun Kröy. Auf 2. Platz von Tönsberg-Turl ist Vettel-Stangelland. Undo von 5.000 Meter ist Magnus Bakken Haugli. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.